Wieso sehr interagieren war es nicht mit dem Tickenschlüssel? Es regnet halt immer noch. Ich zittere. Warum sind hier Bücher? Da ist nichts, auch wenn es da irgendwie durchgeht. Vielleicht später. Als es die Karte sagt, da geht es durch. Ah nicht schon wieder. Ja. 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 Verlieren wir nicht mehr. Ja. 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 Goll. Ach toll. Kostet der mich gerade an? Ja. Ein Werwolf! Okay, wie viele will er mir noch an den Kopf werfen? Einige Stöcke gerissen, von der Kuh. Aber der Kuh, ich taue dir nicht! Auch sehr schön. In Stöcke gerissen. Ja. Sollte Verteidigung ist das Name des Turms. So als hätte ich auch gehabt. Hm, komisch. Also, komisch, dass ich da nicht plündern kann und sie nicht zerstören kann. Die Kisten, was da jetzt ist oder sonst was. Was? Wer schreit denn? Wer hat denn da gerade so geschrien? Hä? Da steht jemand! Der Schlüssel ist in der Bibliothek. Vielleicht die Stimme vom Turm. Wieso ist hier Blut? Der Turm spricht ja immer mit uns. Vielleicht ist da ein NPC. Ein Unsichtbarer. Ich mag das. Ich bin es noch nicht auf. Ich meine ich jetzt auch mal weg. Ich habe die Stimme im Trotz, weil ich es schaue. Aber ich bin es nicht. Das kann ich mit dem Liedsatz geschehen. Du hast keine gladstine. Ich habe es nicht gering. Ich habe es nicht in der Arme. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr gelesen. In der Bibliothek. Vollständigkeit der Sammlung in Gefahr. Ich muss mich verarschen, die Bibliothek ist doch komplett durcheinander. Vollständigkeit der Sammlung in Gefahr. Alchemie für Probleme im Haushalt. Band 3. Das ist es nicht. Hier findet man noch nichts wieder. Wer ist wer unter den Zauberern Poviers? Gottfrieds Omni öffnen Skrumpa. Das heben wir gleich mal auf. Sieht aus, als wäre er erstickt. Schrecklicher Tod. Schnittpunkte und geomantische Linien. Nicht das, wonach ich suche. Blut. Blut, 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 Blut. Also das Buch haben wir schon gefunden. Unter dem großen Schleier ist die Jährungseintracht ganz geflugt. Von den unzähligen Dämonen, die in der äußeren Sphäre leben, sind Hims die gefährlichsten. Andere Dämonen nehmen für gewöhnlich eine bestimmte Lebensform an. Sei es... was? So, und da ist es gerade. So ist es nicht ausgegangen. Komisch. Von den unzähligen Blut, Blut, Blut. Sei es die eines Menschen oder Tieres. Hims hingegen erscheinen in ihrer eigenen immateriellen Form in unserer Welt und sind für alle unsichtbar außer für ihr ausgewähltes Opfer. Hims ernähren sich von Angst, Reue, Schuldgefühl. Anders gesagt, von negativen Emotionen. Da sie immer hungrig sind, rufen sie diese Emotionen in den Menschen hervor, die sie quälen. Diese Dämonen können nicht ausgetrieben werden. Ein Mensch, der einem Himmel zum Opfer fällt, ist verloren und wird langsam verrückt, bis er schließlich stirbt. Ja, dass das nicht der Fall ist, ist es wieder... Angewandte Golemantie. Ich muss weitersuchen. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Da ist noch eine Leiche, die wir plänen können. Gottfrieds Omni-Öffnendes Grimoire. GOG.com steht auf dem Buch. Gottfrieds Omni-Öffnendes Grimoire. Das ist es. GOG.com. Gottfrieds Omni-Öffnendes Grimoire. Das Defensiv-Regulatorische Magikon, oder kurz DRM, gehört zu der oben erwähnten Gruppe der am längsten bestehenden, effektivsten und am schwersten zu umgehenden Verteidigungsmechanismen. Um die Person mit fehlster Gewalt zu erkennen, wird ein Portal benutzt, das sich am Eingang des Bereichs befindet, der verteidigt werden soll. Dieses Portal schickt gebündelte Magie durch den Körper jeder Person, die eintritt und kann in Sekundenschnelle bestimmen, ob die Person die körperliche Signatur, struktur der Augäpfel, eingeschlossen, der berechtigten Person mit Befehlsgewalt besitzt. Aus diesem Grund sind unter den nicht berechtigten Personen unter Umständen nur Mimen in der Lage einzudringen. Deshalb ist das DRM eine extrem effektive und nahezu unumgängliche Sicherheitsmaßnahme. Aber du hast Glück, denn du erhältst den Schlüssel für zum Erfolg genannt, in Form des Buches mit dem Titel Gottfrieds Omni-Öffnendes Grimoire oder kurz GOG. Und auf den nachfolgenden Seiten findest du unzählige Methoden, um das DRM zu deaktivieren oder noch besser, es ganz zu umgehen. Ach, das ist so schön. Scheiß Kompierschutz. Jeder weiß halt, dass ein Kopierschutz oft nichts bringt und im schlimmsten Fall die Erfahrung für Leute, die ein Spiel kaufen, schlechter macht als für die Leute, die es illegal runterladen. Weil der so ins System eingreift, das einfach nicht so richtig funktioniert wie hier zum Beispiel. So, hast du den Folianten gefunden? Richtig. Wie läuft der Punkttitel? Wie war nochmal dieser Titel? Gottfrieds Omni-Öffnendes Grimoire. Es ist eine Abhandlung. Verstanden. Bin gleich wieder zurück. Ich hab's. Weiß nicht, wieso ich das gesagt hab. Hast du den Folianten... Ist es das hier? In der Tat. Tritt ein wenig zurück. Ich muss die Barriere deaktivieren. Sortier sind die wirklich nicht, ne? Isolationskammer offen. Beunruhigende Hinweise auf Freiheit. Geschafft. Endlich. Sah einfach aus. Der schwierigste Teil kommt erst noch. Wir müssen ins Innerste des Turms vordringen und einen Deaktivierungszauber sprechen. Der Turm wird bestimmt alles tun, um uns aufzuhalten. Ja, dann mal los. Geh voraus. Wir müssen in die Kammer in der Mitte gelangen und versuchen, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Das defensiv-regulatorische Magikon könnte reagieren. Pass auf. Das ist so der Puff. Ich muss sogar eben den Spielstand neu laden. Ich hab keinen Indem-Sound mehr. Ich werde es wahrscheinlich so schneiden, dass man es nicht hinkriegt. Außer dadurch, dass ich das erwähne. Das ist so gar nicht so ziel. Doch nicht schon wieder ein Genius. Das ist so gar nicht so ziel. Nein, das ist so gar nicht so ziel. Das ist. Warum? Haha, wie ein Idioten-Ding. Das hat sich selbst verdichtet. Haha, es ist so doof. Es ist halt so gar nicht subtil, worum es in der Quest geht. Überhaupt nicht. Eine bessere Werbung kannst du dir eigentlich auch gar nicht ausdenken. Gottfrieds Abhandlung war sehr hilfreich. Es ist vorbei. Wärst du nicht gekommen, würde ich immer noch im Käfig stecken. Das ist nur eine Kleinigkeit. Nimm sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, aber ich wäre noch glücklicher, wenn du diesen Sturm stillen und den Turm woanders hinbringen könntest. Ist so gut wie erledigt. Und solltest du nach Kovir kommen, besuche mich in Pontwanis. Aburagi-Varatern. Halt! Was tust du da? Ah, nicht auf diesem Weg. Die Tür! Arschloch! Hör! 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 Deines Experten muss belohnt werden. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ach komm, nicht notwendig. Der Turm und Magier hat mich schon bezahlt. Nein, dann fühlen sie sich wahrscheinlich wieder in der Ehre gekränkt oder sowas. Keine Ahnung. Ich wusste, dass die Arne Skelliger ehrliche Leute sind. Wenn du wieder hier bist, komm vorbei. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Danke. Lebt wohl. Warte, Hexer. Hast du meinen Bruder dort drinnen gesehen? Er heißt Hurn. Er ist mit dem Droiden und ein paar Jungs reingegangen. Ich habe eure Freunde gefunden. Sie waren leider alle tot. Tut mir leid. Ich hab ihm gesagt, dass er nicht gehen soll. Aber er wollte ruhm. Lass uns nach Hause gehen, Jarl. Es bringt nichts, hier rumzustehen. Lebt wohl, Hexer. Danke nochmal für deine Hilfe. Kürzlich Erfahrungspunkte. Naja. Und wie viel habe ich jetzt gekommen? An Gold? Gar nichts, oder? Schnapper nicht? Komisch. Aber die Ruhe der Lebenden, wa? Ich muss ein paar Sachen verkaufen. Ich habe nämlich nur Schrott im Inventar. Hier, Maugrem, wie geht's? Ersass, Mondklinge, weg damit. Ich sollte ihm wirklich immer als erstes das Billige verkaufen, oder? Und er hat nichts mehr. Welch Überraschung. Warte mal. Alles gerade eben. Nee, ich habe gedacht, er hätte archivistische Zutaten. Nee. Wiedersehen. Wir sind... Ich glaube übrigens, dass der Bonus... ...den man bekommt, wenn man die Belohnung von den Dörfern ablehnt, ein schöner Blick von der Frau ist. Das war's, mehr jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch keine Belohnung so bekommen. Also, mir ist jetzt nicht so aufgefallen. Goldmäßig. So. Da hinten ist noch ein Schatz. Da ist noch irgendwas. Ansonsten haben wir hier nichts. Dann haben wir noch eine Quest in Larvik. Und... Und... Ansonsten... Aber... Nichts. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal lohnt, diesen komischen... Typen auf seiner Insel die Bücher zu bringen. Was guckst du denn so? Gar nichts. Nichts. Nichts auf dem Lohnung. Oh. 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 Ich würde Ihnen sagen, dass Wagner hognert. Aber woher wollen Sie wissen, dass das Ende der Welt bevorsteht? Ich hätte nie gedacht, dass er die Prüfen bis jetzt nicht gestern könnte. Ich hätte nie gedacht, dass er die Prüfen bis jetzt nicht gestern könnte. Ah! Björn ist ehrbar. Fast schon krankhaft. Er wird nicht mit diesem Makel leben wollen. Ich habe Angst, dass er sich umbringt. Äh... Worum geht's? Ich habe eure Unterhaltung zufällig mit angehört. Die Prüfung des Weges. Was ist das? Eine uralte Tradition auf Anskellig. Junge Männer müssen den sogenannten Weg meistern. Nur dann werden sie echte Krieger. Und wie sieht dieser Weg aus? Der alte Gunnar kann dir alles über den Weg der Krieger erzählen. Er ist für das Ritual verantwortlich. Er lebt am Fuß des Adeklobe. Der Weg der Krieger. Sprich mit dem Mann, der den Pfad überblickt. Das machen wir aber nicht mehr diese Folge, Sondern in der nächsten... Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Ich mache nämlich eine Aufnahmepause. Wie sie ist es dann. Wer da wieder... Gleich. Oder in der nächsten Aufnahme. Oder äh... Gleich. Oder in der nächsten Folge. Keine Ahnung. Mal sehen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.